Der Klimawandel ist einer der größten globalen Herausforderungen, auch mit der Gefahr zu fatalen Auswirkungen, wenn dieses Problem nicht gelöst wird. Aber was versteht man eigentlich unter Klimawandel und was sind die Ursachen davon? Du kennst ja bereits den natürlichen Treibhauseffekt, also dass Treibhausgase die Eigenschaft haben, die langwellige IR-Strahlung als Gegenstrahlung zurück zur Erdoberfläche zu emittieren und es damit zu einer natürlichen Erwärmung kommen. So weit, so gut. Im Bezug zu Klimawandel spricht man oft vom anthropogenen Treibhauseffekt, also menschengemacht. Das bedeutet, dass der natürliche Treibhauseffekt verstärkt wird, da von Menschen vermehrt Treibhausgase in die Atmosphäre emittiert werden, also ausgestoßen werden. Das bedeutet also mehr Treibhausgase, eine höhere Gegenstrahlung durch diese Treibhausgase und damit auch eine stärkere Erwärmung. Und diese stärkere Erwärmung bezeichnet man eben als Klimawandel. Hier in dieser Skizze modellhaft dargestellt, wie einfach mehr Strahlung wieder an die Erdoberfläche als Gegenstrahlung zurückgestrahlt wird, da es einfach mehr Treibhausgase mit dieser Eigenschaft gibt. Aber welche Treibhausgase werden auf welche Weise von den Menschen emittiert? Da wäre zunächst einmal das klassische Kohlenstoffdioxid CO2. Dies hat den Hauptanteil und entsteht vereinfacht gesagt immer durch Verbrennungen, zum Beispiel großflächige Brandrodungen, aber vor allem das Verbrennen von fossilen Energiestoffen. Das bedeutet Erdölderivate sowie Benzin, Kerosin, auch Gas zum Heizen, aber auch Kohle zur Energieerzeugung. Natürlich gibt es noch viele weitere Quellen von Kohlenstoffdioxid als Treibhausgas. Ein weiteres Treibhausgas, meistens etwas unterschätzt, ist das Methangas. Dies entsteht in Kuhmägen bei der Verdauung durch Bakterien produziert und wird ziemlich oft ausgestoßen. Es bedeutet ohne Ideologie dahinter, dass Massentierhaltung schädlich fürs Klima ist. Der Anteil vom Methangas ist nicht so hoch. Dafür hat Methan das ungefähr 30-fache Treibhauspotenzial im Vergleich zu Kohlenstoffdioxid. Das bedeutet einfach, dass die Bandbreite der Wellenlänge für die Gegenstrahlung höher ist bzw. mehr Gegenstrahlung emittiert werden kann. Ein weiteres Treibhausgas ist die Stickstoffmonoxid N2O bzw. Lachgas. Das entsteht bei der großflächigen Düngung, die natürlich bei der Landwirtschaft andererseits unabdingbar ist. Lachgas hat ein 300-faches Treibhauspotenzial, ist also nicht zu unterschätzen. FCKWs, also Fluorchlor-Kohlenwasserstoffe, sind Treibhausgase, die sonst in der Natur nicht vorkommen, kamen früher in Spraydosen vor und haben bis zu 14.000-faches Potenzial und sind auch übrigens sehr, sehr langlebig in der Atmosphäre. Zum Schluss soll noch die Emission von Ozon erwähnt werden, allerdings nicht von der Ozonschicht, sondern dies entsteht sekundär, also als Reaktion von eigentlich etwas anderem. Denn Autoabgase haben Stickoxide und wenn hier bei höherer Temperatur Licht drauf fällt, kann dies gespalten werden und dann in Folge daraus Ozon entstehen. Das Potenzial ist hier laut Literatur je nach Region unterschiedlich. Du siehst, es gibt sehr viele Quellen von Treibhausgasen und diese haben auch eine unterschiedliche Auswirkung. Natürlich gibt es noch viele weitere interessante Beispiele, aber das sind erstmal die Grundlagen, um dann wirklich tief in dieses tolle Thema einzusteigen. Sei es irgendwelche Rückkopplungseffekte, Effekte, die man sonst nicht bedenken würde oder eben regionale Beispiele mit Auswirkungen in Zukunft oder bereits jetzt. Aber jetzt sage ich erstmal Tschüss bei Lernen mit Dittrich.